Nimm zwei Kobo Monks als Parfüm und das als Limited Edition. Ja, richtig gehört, denn Mazzocco gibt es von nun als als Extrait, also mit deutlich mehr Duftölanteil. Und der Flakor sieht auch ein bisschen anders aus. Man sieht es eigentlich daran, dass es ein Velvet Flakor ist, ähnlich wie bei Sérgioff, beziehungsweise den alten Sérgioff Faux Collection jetzt. Der alte Mazzocco hat mich nicht so ganz überzeugt. Das lag einfach daran, dass mir da ein bisschen Bums gefehlt hat. Aber mit deutlich mehr Duftölanteil gefällt es mir wesentlich besser. Ich bin wirklich mega happy, noch ein Exemplar zu bekommen, denn es gibt, glaube ich, nur 1400 Stück und die meisten sind schon weg. Aber wie riecht das Ganze? Man hat hier in der Grundbasis einfach einen mega frischen, zitrischen Duft, der aber auch extrem cremig ist und eben so ein bisschen süßlich abgerundet ist. Ich persönlich finde das Extrait wirklich extrem interessant, weil es einfach mega cremig und frisch ist. Also hört sich paradox an, ist aber wirklich richtig gut gelungen. Also ein weicher, angenehmer Duft für den Sommer, den man locker bei über 30 Grad tragen kann, was ziemlich außergewöhnlich ist und extrem gut ankommt. Und natürlich die Haltbarkeit, die ist um Weiten besser als das Normale. Den Link findet ihr wie immer in der Bio.